Eine informierte Gesellschaft ist eine bessere Gesellschaft. Jetzt zur Europawahl informieren und den Wiesbadener Kurier gratis digital lesen. wiesbadenerkurier.de slash Wahl Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 29. Mai. SVW in Wiesbaden steigt in die dritten Liga ab, Freibad Marau in Kostheim startet morgen die Saison und Gläubiger stimmen Insolvenzplan für Galeria Karstadt-Kaufhof zu. Das und mehr heute im Podcast. Am Ende war es einfach zu wenig. Nach der 1-2-Niederlage im Rückspiel in der eigenen Britta Arena gegen Jan Regensburg ist der SVW in Wiesbaden nun aus der zweiten Liga abgestiegen. Es war das zwölfte Spiel ohne Sieg. Und nur ein Sieg hätte den SVW, der als Aufsteiger noch eine tolle Hinrunde gespielt hatte, in der Klasse gehalten. Doch vor 11.000 Zuschauern in der Arena kam die Mannschaft von Interimstrainer Nils Döring in der hektischen Partie mit so manchen spielerischen Unzulänglichkeiten kaum zu Chancen. Auch ein Elfmeter kurz nach der Pause wurde nicht gegeben. Regensburg hingegen hatte Glück. Vor allem dank Dominik Kota ist der Verein nun in die zweiten Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Der Linksaußen erzielte die Führung und machte die Vorarbeit für den zweiten Treffer. Nach dem 2-2 im Hinspiel konnten die Wiesbadener ihren Heimvorteil trotz eines späten Anschlusstreffers von Torjäger Ivan Pataïn dann nicht mehr nutzen und müssen nach nur einem Jahr zurück in die dritten Liga. Wir bleiben beim Fußball. Die Neuauflage des Wiesbadener Pokalendspiels zwischen dem türkischen SV und dem FC Bierstadt steigt nicht wie ursprünglich geplant am Sonntag, 16. Juni. Die Partie wurde auf Donnerstag, 13. Juni, verlegt. Nach dem Abbruch kurz vor Schluss der Verlängerung hatte das Wiesbadener Kreissportgericht eine Neuansetzung der Partie verfügt. Anpfiff ist um 19.30 Uhr auf dem Platz von Schwarz-Weiß. Als Termin hatte der Kreisfußballausschuss zunächst den 16. Juni anvisiert. Allerdings ist an diesem Tag das islamische Opferfest einer der wichtigsten Feiertage für Muslime. Nun also die Kehrtwende von Seiten des Kreisfußballausschusses um Pokalspielleiter Siegfried Maurer und Fußballwart Jürgen Brose. Mit Spielstätte und Datum seien sie einverstanden. Wichtig sei ihnen, dass nicht am 16. gespielt werde, da müsse auch auf die religiösen Bedürfnisse der Mannschaft Rücksicht genommen werde, sagt der sportliche Leiter des TSV, Mehmet Kirasli. Er schließt nicht aus, dass einige der hochkarätigen Neuzugänge bereits im TSV-Trikot debütieren könnten. Der warme Damm in Wiesbaden ist nicht nur bei Menschen beliebt, auch Nilgänse schätzen die Aufenthaltsqualität des Parks. Vor allem im Sommer. Dann wird aus der überschaubaren Zahl der drei Nilgansfamilien, die das ganze Jahr über auf dem Areal leben, eine Horde. Rund 100 junge Nilgänse suchen in der Zeit von Juni bis September die Wiesen rund um den Weiher zum Mausern auf. Ihr Kot jedoch verschmutzt den Rasen und die Wege stark. Entsprechend groß ist der Unmut. Unter der Regie des Grünflächenamtes wird derzeit ein Zaun rund um den Weiher gesetzt mit 2600 Latten. Innen wird der 90 Zentimeter hohe Zaun mit einer dunklen Plane verkleidet, um Sichtschutz zu gewährleisten. Die jungen Nilgänse auf Mauserplatzsuche sollen nicht sehen, dass hier ein Teich ist. Sie sollen sich umorientieren und einen anderen Platz suchen, etwa im hinteren Kurpark. Kleintiere sowie die ansässigen Nilgänse sollen den Weiher weiterhin aufsuchen können. Stehen bleiben wird der Zaun bis Oktober. Dann werde die Maßnahme bewertet. Eine gute Nachricht für Freibad-Fans. Das Freibad Marau startet morgen die Saison. Das Kostheimer Schwimmbad wird über den Sommer täglich von 10 bis 20 Uhr öffnen. Das teilte die Stadt gestern mit. Das Opelbad sowie das Freibad-Kleinfeldchen hatten, wenn auch etwas verspätet, schon vor einigen Wochen die Saison eröffnet. Eigentlich sollte auch das Kallebad am 30. Mai eröffnen. Ein fester Termin steht jedoch noch nicht fest. Das im gleichnamigen Landschaftsschutzgebiet liegende Freibad Marau ist mit 60.000 Quadratmetern Liegewiese und einer Wasserfläche von fast 3.700 Quadratmetern Wiesbadens größtes Bad unter freiem Himmel. Galeria Kastat-Kaufhof ist dem Abschluss der Insolvenz einen großen Schritt näher gekommen. Die Gläubigerversammlung stimmte am Dienstag in der Messe Essen dem Plan zur Sanierung der angeschlagenen Warenhauskette zu, wie Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus mitteilte. An der nicht öffentlichen Veranstaltung nahmen 120 Personen teil, die rund 4.600 Gläubiger vertreten haben. Sie müssen mit der Annahme des Insolvenzplans wieder auf viel Geld verzichten. Außerdem werden 16 Galeria-Filialen schließen und 1.400 Beschäftigte ihre Jobs verlieren. Auch der Name ändert sich. Die Warenhauskette heißt künftig nur noch Galeria. Die großen, traditionsreichen Marken Karstadt und Kaufhof verschwinden. Zu eng verbunden sind diese mit den jüngsten Pleiten, heißt es. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.atvrm.de.